so herzlich willkommen zurück zuletzt mit der infamous second zahn wir sind wieder dran mit den dops ich hoffe das ist jetzt endlich mal der letzte teil dieser so ich habe auch keinen keine neon kraft mehr so ich brauche hier drauf ich muss hier auch jetzt holen ich mache das immer mit der neon kraft dann kann ich mir die wende hoch geben ich weiß dass die folge gestern ein wenig kürzer war als das was du davor gesehen hattet also vier leute haben wir noch und ich hoffe das ist natürlich mal gut ist danach so die jungen und jetzt jungs die vier gut cool so der auch tot, jetzt halten wir nur noch so einer noch kommen dann ist hoffentlich mal hier feierabend mit dem mit den dub einheiten nach der ruhe bringt hier rum okay hm 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 dwa мног r hm hm nee hm Dieser scheiß Henkel kommt mir nicht nochmal. Ich glaube, der Heli hat den gejagt, ne? Ich bin jetzt auch nicht schossig. Ich glaube, der Heli hat den gejagt. So, der ist Geschichte. Ich bin jetzt weg. Ich muss das Signal wiederfinden. Und wieso glaubst du, dass ein Bioterrorist wie du die Stadt lebend verlässt? Ich habe gesagt, was ihr wolltet. Du musst ein Versprechen halten. Eieieiei, was hier geht hier ab? Also jetzt haut das Diop hier aber richtig nochmal raus. Ich dachte, Augustin ist der Endgegner, aber es ist Henk? Der Typ, der uns eigentlich die ganze... Oder kriegen wir sie nochmal? Ach, bitte hoffentlich nicht, ey. Ich bin froh, dass ich sie weg habe und jetzt kriege ich sie vielleicht sogar nochmal an der Wacke. Ich bin froh. So, ist jetzt mal gut. So, ist jetzt mal gut. Die Frage, wo befindet sich Henk? Ja. So, ist jetzt mal gut. Ich weiß, er ist hier irgendwo. So, die Dächer scheint er ja zu mögen. So, ist jetzt mal gut. So, ist jetzt mal gut. So, ist jetzt mal gut. So. So, ist jetzt mal gut. 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 So. So, ist jetzt mal gut. 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 So, ich prob jetzt die So Eieieiei die alte schlägt doch noch die ganze Scheiße müssen wir uns gleich nochmal durchkauen ich hatte gehofft irgendwie tatsächlich das hat den ganzen Scheiß nicht mehr durchmachen müssen ich muss zum Turm ich hoffe nicht dass sie jetzt nochmal mit so einer Kacke ankommt dass sie dann wirklich endgültig aufgibt gut aber das sehen wir uns in der nächsten Folge an bei Let's Play Infamous Second Son Infamous Second Son